Willkommen bei der Frenkel Methode. Wir sind die Spezialisten für Mind-Body, Body-Mind und was das heißt ist, dass wir unsere Köpfchen einsetzen, um alle Übungen, die wir machen, wirksamer zu machen. Wir heissen auch dynamische neurokognitive Imagination, also Kognition, Intelligenz setzen wir ein, um Bewegung zu verbessern. Und wenn Sie verspannte Schultern, einen verspannten Nacken haben und gleichzeitig etwas mehr wissen möchten über Faszien, dann ist das hier jetzt ein gutes Video für Sie. Zuerst einmal, was sind Faszien? Also es gibt ganz verschiedene, es gibt die sogenannten oberflächlichen unter der Haut, die sind sehr beweglich, dann gibt es die Muskelfaszien, die sind etwas fester, passen sich den Muskeln an, helfen Kräfte zu übertragen und dann haben wir diese großen, inneren, wie soll ich sagen, Handschuhe, also elegante Bündel um die Arme und Beine herum und die sind viel kräftiger und die sind sehr, sehr wichtig für Kraftübertragung, auch für den Rückfluss des Blutes, zurück zum Herzen, viele andere wichtige Funktionen. Und das Problem mit den Faszien manchmal, es gibt verschiedene, die passieren können, ist, dass sie verkleben. Das heisst, wenn man eine schlechte Haltung hat, wenn man sich zu wenig bewegt, wenn man sich falsch bewegt, kann es sein, dass die verschiedenen faszialen Schichten, also die Schichten zwischen den Muskeln und die umgebenden Faszien miteinander verkleben. Ich zeige euch gleich jetzt ein Beispiel. Hier ist ein Bild, ich finde das sehr interessant, weil auf der einen Seite sieht man so die typische Darstellung der Schultern von hinten, wie in einem Anatomieatlas, nämlich ohne Faszien. Aber in Wirklichkeit würde es eher so aussehen. Das ist vielleicht gut für einen Anatomie-Schüler, die verschiedenen Muskeln zu erkennen und zu lernen, aber hier sieht man die Zusammenhänge der Muskel nicht. Hier sieht man, dass dieser Muskel, der Trapezius, verbunden ist mit diesem Muskel, dem Delta-Muskel und Verbindungen hat nach oben, nach unten, in alle Richtungen. Und so können diese Muskeln Kräfte übertragen. Man sieht auch verschiedene Schichten von Muskeln. Jetzt aber zum Nacken. In diesem Bild wird man das sehr gut sehen. Das ist der Nacken von hinten. Hier sehen wir wieder unseren Trapezius, leicht überzogen mit Faszien, aber darunter liegen viele, viele weitere Schichten. Hier zum Beispiel ist der dicke Brummer des Nackens, also der der diese Wülste vor allem ausmacht. Das heißt Semispinalis Capitis. Wir sehen, all diese Schichten müssen übereinander gleiten und bewegen können. Zum Teil sind sie sogar verbunden hier. Bis zum Kopf verbindet sich in die Fasze des Kopfes und wenn die verkleben, dann bekommen wir Verspannungen, Schmerzen, vielleicht sogar Kopfe. Und jetzt wollen wir das aber etwas lösen und befreien, damit wir uns wohler fühlen, uns aufrichten und beweglicher werden. Also verschiedene Übungen für das. Das erste, was wir machen, sehr interessant, ist ganz einfach. Nicht einmal direkt diesen Bereich berühren, sondern etwas ganz anderes, nämlich einen Muskelansatz. Berührt mal die Ohrläppchen und wenn ihr jetzt unter die Ohrläppchen geht, dann ist hier ein leicht erspürbarer Knochen, also gleich unter den Ohrläppchen. Das ist der Warzenfortsatz oder eben auch genannt auf Lateinisch Prozessus Mastoideus. Jetzt merkt ihr, das ist so ein kleiner Hügel hier unter dem Ohr. Geht auf die Rückseite dieses Hügels und dort ist eine kleine Delle. Und dort werden wir jetzt massieren. So kreisförmige Massage. Wartet ab. Es scheint sehr einfach, aber diese Übung ist sehr wirksam. Wir massieren das, während wir den Kopf etwas nicken, den Kiefer entspannt halten und ganz frei atmen. Kann sein, dass das hier etwas ganz leicht schmerzt. Das löst sich jetzt auch mit Hilfe unserer Vorstellung. Ein paar Mal hier massieren. Hier ist nämlich die Verbindung, die sogenannte Sutur zwischen dem Schläfenbein und dem Hinterherzbein. Und hier setzt auch ein Muskel genannt Sternocleidomastoideus an. Und wenn wir jetzt die Finger wegnehmen, oh siehe da, sind die Schultern entspannter, der Nacken aufgerichteter, also haltungsverbessert und Spannung gelöst. Nur durch diese kleine Berührung. Jetzt machen wir aber etwas Direktes für den Nacken. Das heisst, wo wir den Nacken berühren. Und dabei legen wir eine Hand schön flach, so auf den Nacken. Auf diese Weise. Einfach so drauflegen. Wir stellen uns jetzt all diese Schichten vor, die ich euch vorher gezeigt habe. Wir wollen uns vorstellen, wie die jetzt übereinander gleiten. So vielleicht wie verschiedene Schichten aus Stoff oder Papier mit Olivenöl dazwischen oder Butter oder sonst etwas Gleitendes. Ja, in der Vorstellung kann man sich alles Mögliche vorstellen. Einfach wichtig ist, hilft es. Die andere Hand tun wir auf die Schulter. Und jetzt werden wir eine Schulter nach vorne nehmen, während wir die Hand in die andere Richtung, so nach außen über den Nacken gleiten. Und dann gehen wir wieder zurück. Ich zeige es mal so. Also Schulter vor, Hand so auf die andere Seite ziehen und wieder zurück. Wir spüren ein Dehnen und Lösen im Nacken und oberen Rücken. Immer schön atmen, paar Mal. Also ich ziehe das Gewebe zur Seite, schelle mir vor, wie die verschiedenen Schichten übereinander gleiten. Wir gehen hin und her. Genau. Noch zwei, drei Mal. Gut. Und letztes Mal. Sehr gut. Und wir nehmen die Hand weg. Ui, ja, das hat viel gebracht. Wir merken, wir sind viel, viel lockerer auf dieser Seite. Alles ist wundersam gelöst. Ich bin ein großer Fan von beweglich werden über Bewegung. Nicht nur einfach nur über Dehnen. Dehnen ist gut, aber wieso nicht besser bewegen und beweglicher werden aktiv, weil das fördert die Durchblutung, es fördert die Wahrnehmung und es fördert das Gleiten der Faszien. Machen wir das noch auf der anderen Seite. Wieder eine Hand auf die Schulter, eine Hand auf den Nacken, so. Und wir ziehen die Schulter nach vorne und gleiten die Hände in die andere Richtung. So. Immer atmen. Locker bleiben. Top Übung für zwischendurch. Einfach vorstellen, die verschiedenen Schichten gleiten aufeinander. Ich kann sogar die Schulter etwas kreisen, wenn ich möchte. Immer schön atmen. Genau. Und vor allem in dieser Stelle so richtig ziehen hier. Und bewegen noch einmal. Wunderbar. Ich bin überzeugt, ihr werdet diese Übung immer wieder mal machen, weil sie so gut wirkt. Im ganzen Oberkörper, sogar die Atmung fühlt sich freier an. Jetzt können wir aber auch ein Tuch verwenden oder ein Band. Das hier ist eine Lasterband. Ich zeige es gleich, wie es geht. Aber wenn man keines hat, kann man auch ein Tuch auf den Nacken legen. Und das ist ein wunderbares Instrument, um die Faszien hin und her zu gleiten und die Schichten hier wieder in Bewegung zu bringen. Wir drücken nicht zu fest. Ein leichtes hin und her bewegen, den Kopf nicken, nach oben schauen, nach unten schauen. Et voilà. Zeigt noch die Version mit dem Band. Ich habe hier ein Band, das etwas lange ist, paar Mal zusammengelegt. Der Vorteil vom Band ist, es greift das Gewebe noch etwas besser. Also ich kann das Gewebe noch etwas besser hin und her ziehen mit dem Band. Die Bewegung muss nicht groß sein. Die Atmung bleibt frei. Die Schultern sind entspannt. Wunderbar. Und jetzt zum großen Finale. Ich habe nämlich noch hier einen wassergefüllten Frankenball. Der ist eigentlich sehr populär. Es ist interessant, das Wasser. Wir bestehen ja hauptsächlich aus Wasser. Irgendwie hat das eine gute Wirkung auf das Gewebe. Es hat auch ein gewisses Gewicht. Und das können wir jetzt auf den Nacken legen und etwas nach oben und unten rollen. Und gleichzeitig kann ich eben auch den Kopf nicken. Ich kann auch etwas stärker drehen, als ich mich bewege. Und das zieht das Gewebe jetzt in diesem Fall nicht seitlich, sondern nach oben und nach unten. Und natürlich, wenn man eine schöne glatte Wand hat, kann man das auch gegen die Wand machen. Also man legt sich so gegen die Wand und kann so dann den Kopf bewegen. Aber es geht auch ohne. Noch zwei, drei Mal. Ich kann auch mit dem Ball hin und her bewegen. Sehr angenehm. Dann legen wir den Ball weg und spüren natürlich nachher die Wirkung. Das Nachspüren ist sehr, sehr wichtig. Das ist der Augenblick, wo unser Gehirn sagt, okay, das ist eine neue Version von mir, die gefällt mir sehr gut. Das ist nämlich die entspannte, aufgerichtete und lockere Version. Ich will mehr von dem. Und wenn ihr das möchtet und wenn ihr auch lernen möchtet, wie man das unterrichtet und anderen Menschen weitergibt, hier unten ist der Link. Bitte drückt drauf und dann kriegt ihr die Daten. Wir haben verschiedene Kursorte und wir können dann zusammen das alles lernen. Ich freue mich drauf und bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video und auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Video.